Herzlich Willkommen, Herr Dr. Kassel. Schön, dass Sie da sind. Gerade in Zeiten wie diesen, wo man sehr beschränkt ist, danke ich Ihnen allen, dass Sie hierher gekommen sind. Wir haben uns bemüht, die Sitzplätze so weit als möglich auseinanderzustellen mit der Maskenpflicht. Ich glaube, es wird alles gut gehen, nehme ich an. Desinfektionsmittel für die Hände und so weiter. Ich schätze es sehr, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie alle gekommen sind, bevor wir natürlich weniger sehen. Wir dürfen aber diesen Bock aufnehmen und wir dürfen ihn auch auf der Brugger Homepage dann veröffentlichen, dass wir heute und vor allem auch Schulklassen in den nächsten Jahren diesen Bock anzuhören. Damit darf ich stellvertretend für alle unsere Ehrengäste, das sind alles unsere Ehrengäste, die wir haben, und zwar den Herrn Bürgermeister, der Herr Koch, recht herzlich begrüßen und darf dich bitte um ein paar Begrüßungsdreife in die Zeit. Danke, Herr Minister. Danke, liebe Irmengeschichte. Aber hier darf ich Sie in den letzten zehn Tagen, wenn ich gleich kurz einstellen darf, bin ich glaube ich zwei oder drei Veranstaltungen bei. Eines war ein Kammerkonzert der Musikschule, das war jetzt eine Veranstaltung, das waren sieben Monate, nachdem die letzte Veranstaltung vor dem Lockdown war. Das heißt, es hat sieben oder sechs Monate eine Veranstaltung gefunden, jetzt eine Diskussionsveranstaltung mit dir, darf ich sagen, lieber Kasper von Einem. Und ich glaube, das ist etwas, was unser Büro sagt, dass wir in einer Zeit leben, die ausgesprochen bewegt ist und die schwierig ist. Ich glaube, angeblich gibt es einen chinesischen Fluch, der sagt, du mögest in aufregenden Zeiten leben. Ich weiß nicht, ob es denn wirklich gibt, diesen Fluch, weil eine aufregende Zeit immer etwas kompliziert ist. Ich glaube, wir leben in aufregenden Zeiten. Und Herr Professor, wenn ich das sagen darf, du warst im Minister in den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts, vorvorigen Jahrzehnts, Jahrtausend, um nicht ganz respektlos zu sein. Das ist aber auch das vorige Jahrtausend gewesen. Und man hat eben gesagt, 1989 und vier Umbrüche waren schon und eigentlich ist es ein bisschen, jetzt gleitet die Gesellschaft schon langsam aus ins Anirende, die liberale Demokratie. Jetzt ist irgendwie, das sozusagen auf irgendeine Weise, ist es erreicht. Und jetzt seit dieser Zeit, wo du Minister warst, Exzentrarium, ist unglaublich viel passiert. Und wir leben eigentlich immer in Zeiten des Umbruchs, in Zeiten, die uns vor riesige Herausforderungen stellen. Und die jetzige ist eine, wo ich jetzt immer das Gefühl habe, wir sind alle leichteren Kohlenmonoxid, in der Kohlenmonoxid-Ruhe, obwohl ganz früh Zeit wäre für Energie und für Aktivität. Und ich würde ja das, wenn du heute da bist, es auch nutzen, um ein bisschen was von deiner Erfahrung zu profitieren. Du und deine Generation haben jetzt ja unglaublich viel an Umbrüchen erlebt. Und man hat vielleicht immer das Gefühl gehabt, das ist der nächste Umbruch. Oder wie auch immer. Jetzt gibt es aber nur das Gefühl, dass wir nicht wissen, wohin bricht das Ganze um. Das ist so eine Transformationszeit, wo wir nicht so genau wissen, wie weit. Dann bemerkt bei uns allen gemeinsam eine gewisse Unsicherheit, über das, was weitergehen kann. Und ich glaube, da kann man von jemandem, der viele, viele Umbrüche auch erlebt hat, auch aktiv mitgestaltet und vielleicht auch an der Erfahrung ein bisschen teilhaben, und ein bisschen hören, wie du die Situation so einbringst. Ebenfalls freut mich sehr, dass ihr da seid. Ich darf mich bei dir auch recht herzlich beenden. Bei dir. Sind wir da da? Können wir jetzt sagen. Ich bin da, bitte gerne. Danke für alles. Ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung heute auch wieder machen dürfen, weil es immer ein Stück gut ist. Lernard Cowling-Song gibt es einen, da gibt es Ring Light Battle, das heißt in Unmai-Rassen, wie wer Lernard Cowling-Fan ist. Und da kriegst du eine Passage, die heißt, There's a crack in everything, that's how the light gets it. Überall ist ein kleiner Riss, und da kommt das Licht hinein. Und an Licht können wir gerne viel brauchen. Danke für das. Danke. Ja, Herr Doktor Einen, Sie sind unser Licht. Unser Lichtblick in dieser Zeit, die wohl den Namen Corona trägt, und eigentlich ja auch Leuchten und Sternen-Banner darstellen sollte, aber wir werden Corona jetzt von einer ganz anderen Seite kennen. Ich freue mich, dass Sie trotz dieser schwierigen Zeit hierher gekommen sind. Und das war für Sie nie ein Thema. Nein, ich komme nicht. Ich komme. Also insofern haben wir da jetzt auch die Aktivität, die Energie, von der du gesprochen hast, in der Person von Herrn Doktor Einen bei uns. Und ich darf auch Ihre Begleitung recht herzlich begrüßen. Danke, dass Sie Ihren Gatten, Lebenspartner hier mitbegleiten und ihn hier sitzen lassen. Und die Zeit, die Sie gemeinsam verbringen, dass wir Sie jetzt alle hier auch im Museum gemeinsam verbringen dürfen. Ich möchte Sie nicht explizit vorstellen, denn im Laufe des Gesprächs werden wir Sie alle noch kennenlernen. Im besten Sinne des Wortes. Aber das, was ich schon machen möchte, was ich immer mache, was mir wichtig ist bei diesem Talk im Museum, dass wir entlang Ihrer Biografie uns in die Gegenwart hinauf handeln und mit einem Ausblick, der dann vielleicht in einer Fragerunde dann auch münden wird, in einem Ausblick zu sehen war, beziehungsweise hinein in die Zukunft. Vielleicht kurz die politische Einbettung. Ich darf Herr Doktor, muss nicht Herr Bundesminister A.W. sagen, Herr Doktor Einem ist eigentlich als Bewährungshelfer, beginnend dann in die Wirtschaft, dann in die Politik. 1994 ist Herr Doktor Einem Staatssekretär geworden, 1995 bis 1997 Innenminister und von 1997 bis 2000 Wissenschafts- und Verkehrsminister. Davon waren Sie drei Wochen auch Kunstminister. Das waren alles die Regierungen, damit wir das dann auch einbetten können. Regierungen Braninski-Busek, Braninski-Schüssel, beziehungsweise Klimaschüssel. Also Sie sehen, wir wären dann auch diese, leider kann ich den Herrn Bundesminister A.D. Braninski haben wir nachgefragt, aber er macht keine offiziellen Auftritte mehr. Wir könnten zu ihm nach Hause kommen, hat er gemeint. Aber ich glaube, das wäre doch, da bräuchte man einen großen Platz. Aber warum auch nicht? Herr Doktor Einem, eine Eingangsfrage. Am 20. Jänner fand der erste und vor Corona auch der letzte Talk im Museum statt mit einem Politiker, der so wie auch Sie in Salzburg geboren wurde, wurde, in Salzburg auch lebte. Es ist jemand, den Sie sicher kennen, Friedhelm Frischenschlager. Und ich stellte nicht nur ihm, sondern allen auch die Eingangsfrage, was verbindet Sie mit Ruck an der Mauer? Oder andersrum war Ruck an der Mauer für Sie nur ein Verkehrsknotenpunkt auf dem Weg nach Schladnig, wo Sie Ihr Gerichtsjahr absolvierten. Oder nach Markrein, wo Sie als Ski-Lehren tätig waren. Oder in der Mauer, in dem Haus meiner Eltern geerbt haben. Was haben Sie dort geerbt? In dem Haus meiner Eltern geerbt haben, aus meiner ursprünglichen Urgroßeltern. Bruck an der Mauer hat leider immer nur den Effekt gehabt, dass man da abbiegt. Sozusagen. Auf der einen Seite nach Graz geht, und auf der anderen Seite tendenziell für mich dann nach St. Michael. Dann hat man leider wieder abbiegen, Richtung Ritz und dann Richtung Schladnig. Ich habe das ein oder andere Mal Menschen in Ruck am Bahnhof abgeholt oder wieder zurückgebracht. Meine Ruck-Erfahrungen sind wirklich ganz beschränkt. Ich bilde mir allerdings ein, es kann allerdings sein, dass ich mich dabei täusche, ich habe mit dem seinerzeitigen Bezirkshauptmann von Ruck zu tun gehabt, derzeit, wo ich Innenminister war, und der hat mir geholfen, eine Postenbesetzung in Wien, also ich war, umsetzen zu können, indem ich so getan habe, als ob ich einen Berufwürde zum Polizeipräsidenten von Wien. Das hat sofort Panik ausgelöst bei allen, und ich habe gesagt, nur das nicht, und ich konnte den ja nicht bestellen, den ich bestellen wollte. Das war mir sehr angenehm. Das hat ja auch mit diesem Wort zu tun, ja. Also das sind ja sehr angenehme Erinnerungen, und heute haben Sie auch eine Stadtführung bekommen, durch die Formatisverteins, also insofern, vielleicht kommen Sie wieder, und der Bürgermeister wird sich sicher freuen, und dann bekommen Sie dann auch noch einen Sondertamin im Rathaus, mit einer Rathausführung, nämlich auch. Also Sie gehören schon dazu, Sie sind so mit zum Brugger. Was war für Sie ausschlaggebend in die Politik zu gehen? Sie kommen aus einem bürgerlich-konservativen Haus, Elternhaus, Ihr Vater ist der berühmte Komponist Gottfried von Einem, Ihre Mutter ist eine geborene von Bismarck. Zunächst vielleicht die Frage, war das ja belastend für Sie, aus einem derartigen Haus zu kommen, mit der guten Namen, gerade der Name Bismarck? In einem Punkt würde ich Ihnen ja schon widersprechen. Ich sehe das nicht als ein konservativ-bürgerliches Haus, ich sehe es als ein Haus einer Künstlerfamilie, mit dem Urlaub, Abkomposition und Barriere startiert, die in politischen Fragen einlässt, bis zu Ihnen ist gerade naiv, mein Vater war bis zum Leben in dieser Hinsicht naiv, er hat seinem Herz gefolgt, was man durchaus auch positiv nennen kann, er hat überhaupt gar kein strukturiertes politisches Bewusstsein gehabt, er hat ein Gefühl gehabt für Dinge, die er richtig und falsch gefunden hat, und er hat ein Gefühl gehabt für Menschen, die ihm wichtig waren und die er entweder geschätzt hat oder nicht geschätzt hat. Da sind eben sowohl konservative als auch sozialdemokratische Parteien gewesen. Er war ein Kreisky-Anhänger, in der Phase, wo Kreisky dann Bundeskanzler geworden ist und suchte das zu bleiben. Er war aber auch ein Anhänger von Mock, um ein anderes Beispiel zu nehmen, oder er hat mit dem Damm-Lin, niederösterreichischen Landesamt von Ludwig, ich bin zu verstanden, dass er eben auch mit Dirk Waldheim, was ich in der Präsidentschaftswahlzeit nicht besonders gut verstanden habe, weil ich ein Anhänger von Kurt Steiber damals war, und er hat mir nicht erklärt, er hat warum ein Waldheim-Anhänger mit Dirk-Lin, aber damals war es ein heftiger Konflikt. Nein, war es für mich schwierig, aus so einer Familie kommen und in die Politik zu gehen, das war für mich nicht schwierig. Es war schon schwierig, sozusagen ein Kind eines berühmten Vaters zu sein und noch so zu Kaspar zu heißen, in der Schulzeit ist man sonst ständig der Kasparung, in den unteren Klassen, berühmte Väter, was noch mal auf die Frage ist, wer hat sie gleich zurück, und selbst auch irgendwas drauf hat, dass man es schaffen könnte, in der Kälte der Foto oder so, da war ich allerdings stolz genug zu sagen, ich werde schon einen Weg finden, dass ich selbst der eine bin, und nicht nur der Apfel, der nicht vom Baum weggekommen ist. Das war nicht ein zentrales Problem. Und in die Politik bin ich ja auch nicht in der Weise gegangen, dass ich plötzlich einen Schritt gesetzt habe und war drin, sondern, wie schon berichtet, ich war in meiner allerersten Berufstätigkeit nach dem Just-Studium, war ich Bewährungshelfer. Was überraschend ist, weil normalerweise macht man das nicht statt, nicht nach einem Just-Studium, sondern wenn überhaupt, der nach der Matur oder nach irgendeinem Beruf, der dann in diesen Beruf führt. Ich war ein begeisterter Strafrechtler während meines Studiums, ich war auch als steppert, und auch meine Professoren waren nicht wirklich in der Lage, mir wirklich zu vermitteln, dass man Menschen auch wirklich einsperrt. Also wie ich dann das erste Mal Gelegenheit gehabt habe, in einer Strafflusswürzungsanstalt, in dem wir in Deutschland, ein ausführliches Praktikum zu machen haben, mit vielen Gefahrenen da zu tun zu haben, und auch an den Schlüssel zu haben, mit denen ich an alle Zähne gehe, ich konnte damals, habe ich relativ sehr viel gewernt, und bin dann eben auch durch eine Verkehrtung von Zufällen bei der Bewährungshelfer in Österreich gewandelt, und habe auch hier zum Teil soziale Verhältnisse kennengelernt, vor allem in der Zeit, wo ich in Bischofshofen sozusagen meinen Sitz gehabt habe, und umgegangen, in Bilsgau, die Bewährungshelfer war, die mich außerhalb nicht beeindruckt haben. Eine Armut, die geängstigend war, die mir vollkommen fremd war in dieser Form, Sozialverhältnisse mit 15, 16 Kindern in einer Familie, die vorhin nicht mehr Geld gehabt hat, und Kindern, die trotzdem zum Teil ganz gut geworden sind. Also das war der Hintergrund, von dem ich begonnen habe, mich auch stärker politisch zu interessieren. Es kam dazu, dass in der Bewährungshelfer-Organisation, die ist zweifellos, damals relativ sozialdemokratisch angehaucht war, durch die Leiterin und durch die am Ende Freundschaft mit Christian Roder. Es gab dort Personalvertretungswahlen, bei denen nicht nur die SPÖ-Fraktion, sondern auch die Schwarzen, aber darüber hinaus die Maoisten und die traditionellen Kommunisten und noch eine Linke-Miste angetreten sind. Das heißt, es war ein berühmt-linker Verein, auch unter der Bewährungshelfer. Und ich habe mich dort durchaus wohlgefühlt, ich bin aber damals keiner Organisation beigetreten, und habe dann letztendlich am Tag nach meiner Kündigung in der Bewährungshelfer Minister der SPÖ beigetreten. Das war 1977. Das war 1977. Ich darf aber noch einmal auf die Familie zurückkommen, weil ich auf den Namen Wiesbach, da gab es ja eine interessante Begegnung mit dem damaligen Innenminister, also in ihrer Zeit, mit dem Herrn Manfred Kanter, mit dem Deutschen. Ich glaube, unser Publikum wird das interessieren, wie das damals, diese Begegnung mit dem Herrn Kanter war, als Sie Innenminister waren und ihn besucht. Na ja, ich bin relativ kurz, nachdem ich Innenminister geworden bin, eingeladen gewesen nach Bonn, damals noch Bundeshauptstadt, zu einer Veranstaltung der Europäischen, der Vertretung der Europäischen Union in Bonn, zu einer Diskussion, wo das Diskussion mehreren der Länder haben. Und weil ich da schon in Bonn war, habe ich gesagt, dann besuche ich auch da meinen Amtskollegen Kanter, weil man dazu sagen muss, das war in der Welt auch für mich eine spannende Zeit, weil kurz vorher war der sogenannte Tatplatzskandal bekannt geworden, aufgebrochen. Und manche haben mich als Linksextrem und Wahnsinnigen gesehen, der da trotzdem immer noch Innenminister ist. Und Herr Kanter war ein CDU-Minister, der zugleich Vorsitzender der CDU in Hessen war und der dann später als der Hauptbetreiber der ethikalen Parteifinanzierung von Herrn Kohl in Erscheinung getreten ist. Das war sozusagen ein Vorgangspolitiker, Politiker der allerersten Güte, der allen gezogen gekommen sind oder auch die, die nicht zu mir gekommen sind, erklärt hat, wo der richtige Weg lang geht. ein Herrenreiter-Tipp, der alles besser gewusst hat und der oberste Mann für die Bordnummern in diesem Staat, Korruptionist, Alter. Gut, wir gehen also dorthin, der österreichische Botschafter, übrigens damals ein Steirer, warnt, nicht vor dem Bekanter, er hat nur jeden fressen, dass er ein Patient bekommen ist und hat jedem noch ein Geräusch auf der Weg gegangen ist. Ich soll mir nichts erwarten von diesem Gespräch, das kann nur schrecklich werden für mich. Gut, die Pfarrer sind im Türm, in dem er da akkresentiert hat, in dem sechsten Stück, werden dort empfangen, sein Arbeitszimmer, es ist ein Tisch, der an einem Pfeiler steht, auf der einen Seite steht der Tischdorz in der Richtung, das ist ein Pfeiler, jetzt nehmen wir Platz, er hat der einen Seite, ich habe der anderen jeweils zwei Mitarbeiter und an dem Pfeiler hängt ein Porträt von Otto von Bismarck, dem Reichskanzler. Das habe ich gewonnen. Herr Kollege, das finde ich wirklich fantastisch von Ihnen, wenn ihr unter dem Bild meines Urgroßvaters in der Lande sprechen. Kanta ist zerflossen, alle die ihn kannten, als anderen zu sprechen, haben nichts für möglich gehabt, dass der so auch sein kann. Wir haben kein Problem gehabt. Was Otto Bismarck alles noch konnte. Das war nicht der Urgroßvater, das war der Urgroßvater, das war der Urgroßvater. Das war der Urgroßvater. Wann kommt das mal, das will ich dir sagen, eine dran. Das hilft. Ich darf noch einmal, danke, also, das kommt der Mensch einem heraus und ich glaube, das wird auch hängen bleiben, wie auch, als ich Ihre Biografie von Ihnen bekommen habe, Sie waren in Magrhein von 1968 bis 1983 Skilehrer. Sie waren dann auch Mitarbeiter, wissenschaftlicher Mitarbeiter, also nicht nur Bewährungshelfer, sondern wissenschaftlicher Mitarbeiter des Ludwig-Bolzner-Instituts für die Kriminalsoziologie. Ich habe dann auch geschrieben oder mir notiert, dass Sie in der Wiener Arbeiterkammer waren, im Betriebsrat und dann auch zeitweise oder teilweise als Vorsitzender in der AK Wien. Und bevor Sie dann überhaupt Staatssekretär im Bundeskanzleramt geworden sind, waren Sie Direktor des Gasgeschäfts bei der ÖMV. Nius hat 2007 in einem Interview, das Nius mit Ihnen geführt hat, im Jahr 2007, gemeint, die ÖMV ist eine SPÖ-Kaderschmiede. Haben Sie es darauf angelegt gehabt, Minister zu werden, Staatssekretär oder Minister zu werden? Nein. Ist das passiert? Ja oder nein? Nein, ich habe im Scherz habe ich öfter mal gesagt, wenn mich wirklich der Justizminister Bruder und der mich beeindruckt hat, dass ich gerne Justizminister werden würde, wie der Bruder, weil er mich einfach imponiert hat. Das hat im Ernst meiner Berufspannung nichts zu tun gehabt. Es war eine Sympathie, aber mehr nicht. Nein, natürlich habe ich das nicht auch angerichtet, Staatssekretär oder Minister zu werden, Sondern ich hatte eigentlich nach elf Jahren Arbeiterkammer, wo ich keinen unmittelbar politischen Job gehabt habe, sondern ich war zunächst einmal Konsumentenschutz, Mitarbeiter, Jurist im Bereich der Konsumentenpolitik und bin dann Leiter der kommunalpolitischen Abteilung geworden, wovor mir Hannes Roboter, der nachmalige Europaabgeordnete, Leiter war und habe in dieser Aufgabe in der Leitung der kommunalpolitischen Abteilung die Interessen der Arbeiterkammer gegenüber der Stadt Wien zu vertreten gehabt. Das war ein harter Job, weil das war unter Roten. Die einen haben gewusst, dass sie die Wahrheit haben und die anderen in der Arbeiterkammer haben geglaubt, dass sie auch gelegentlich die Wahrheit haben und auch sagen dürfen, was ich hier richtig oder was ich hier vorschein. Das hat schwierig sein können. Ich war in dieser Zeit, also bevor ich Leiter der kommunalpolitischen Abteilung geworden bin, war ich auch Betriebsratsvorsitzender in der AK. Eher überraschend für mich, muss ich sagen. Es war eine Urwahl, dem vorangegangen, aber die meisten nicht vorangegangenen Mitglieder des Betriebsrats nicht mehr kandidiert haben. Und dann musste eine neue Mannschaft aufgestellt werden. Für die Urwahl habe ich gewonnen und bin daher dann nachher Betriebsratsvorsitzender geworden. Auch das hat mich nicht disponiert. Staatssekretär oder Minister oder Abgeordneter zu werden. Das hat mir allerdings erste durchgreifende demokratische Erfahrungen beschert. Und ich schon auch sagen, muss diese eine auch erklären. Wir waren gerade in dem neu gewählten Betriebsrat, dessen Vorsitzender ich war ins Amt gekommen, als die 44. ISVG-Novelle in Klapp getreten ist, die dazu geführt hat, dass alle ISVG-Versicherheiten eine schlechtere Pension bekommen haben. Es war eine Pensionsreform, die dazu geführt hat, dass alle das weniger gekriegt haben. Die Einzigen, die davon nicht betroffen gewesen wären, wären die Mitarbeiter der Alterkammer gewesen. Und die werden zu 100% aus Beiträgen genau dieser Zivilgruppe, die da wäre schlechter gestellt worden, das finanziert. Wir hatten allerdings in der Betriebsordnung, Besoldungs- Missionsordnung der Arbeiterkammer einen Basis, der festgelegt hat, dass wir mit 80% des Letzten IST in Pension gehen und uns hätte das jahrhaft nicht getroffen. Und richtig hat der damalige Präsident Zettel gesagt, das geht so nicht. Ihr müsst auch mit weniger zufrieden sein. Wenn wir alle, die euch zahlen, kürzen, müsst ihr auch gekürzen. Für den Betriebsstands war das eine schwierige Situation. Wir haben das inhaltlich eingesehen, weil wir auch gefunden haben, das ist nicht okay. Aber wir hatten Vertragsschablonen als Umgekehr unseres Vertrages. Das heißt, in Wirklichkeit rein rechtlich betrachtet, musste jeder Einzelne zustimmen, wenn man das ändert. Und schwierige Ausgangspositionen. Wir haben trotzdem so agiert, als ob wir gemeinsam entscheiden könnten, haben ein Konzept entwickelt, also die Arbeitgeberseite hat uns Vorschläge gemacht, was sie sich vorstellen würden. Wir haben dazu ein Konzept entwickelt, haben dieses Konzept in einer Betriebsversammlung vorgestellt. Ich habe extra für diesen Zweck vor einen Computer gekauft, um ausrechnen zu können, in der Betriebsversammlung, was bedeuten würde für einzelne Leute. War spannend. Nicht alle die Zeit erzähle ich. Gut, also in der Betriebsversammlung haben wir sehr, sehr große Zustimmung zu dem Konzept, das wir vorgeschlagen haben, dann haben wir verhandelt, dann haben wir ein Ergebnis erzielt, das war sehr nah dem Plan, was wir vorgeschlagen hatten, wir müssen wieder in den Betriebsversammlung gehen, wir brauchen es auch nicht zu fürchten, wir haben das erreicht, was wir versprochen haben, also wir gehen wieder in den Betriebsversammlung, uns wird abgelehnt. Sehr blöder kann man nicht behalten, das Betriebsversammlung ist der Riff, der zweimal in den Betriebsversammlung geht, die Kollegen in den anderen Letterkammern, die das gleiche mit uns verhandelt hatten, das gleiche Ergebnis erzielt hatten, sind nur einmal in die Betriebsversammlung gekommen, am Anfang noch ein immer, und haben daher problemlos das Ergebnis rübertragen können, aber wir in Wien nicht. Und der Präsident wenn er die mit Recht angeklößen und gesagt, ich verhandle kein zweites Amt Rechner, wird sehr schwach zu teuren Ergebnissen durchzusetzen. Auch nicht sehr lustig. Wir letztendlich haben ja in der BP so Ergebnisse erzielt, aber es hat einer aus Wien geklappt. Und das hat gereicht, um das Ganze zum Gipten zu bringen. Der hat allerdings auch gezeigt, was er von Solidarität in der Arbeit nimmt und versteht. Wer es verstanden rechtlich können Sie nicht alle gerne auf uns geben. Nur das Recht ist der auf meiner Seite steht. Es war eine zentrale Demokratie. Lernstunde für mich etwas härt, muss ich sagen. Die Frage war, ob ich eine andere bin. Ich habe angestrebt, in die Politik zu kommen. Nein, ich habe es nicht angestrebt, sondern ich war nach diesen elf Jahren Arbeiter gekommen. Und den Punkt wo ich gesagt habe, eigentlich habe ich Politik vielfach genossen und erlebt. Von dieser Seite, wie ich sie kennengelernt habe, brauche ich eigentlich nichts mehr, nur etwas anderes. Und habe daher gesucht einen Job in der Wirtschaft. Und habe letztlich über politische Rutschen, muss man sagen, war von mir nicht so vorhergesehen, aber es ist so passiert. Ich war wohnungspolitischer Experte der SPÖ in dieser Phase und habe den Abgeordneten Nationalratel die unrechtlichen Fragen zu verhandeln und war sozusagen sein Experte. Er war im Hauptbereich beschäftigt bei der ÖV als Populist und als einer der Ratgeber, der damals gerade im Neuensamt gekommen ist, Generaldirektor, der übrigens auch aus der Steierbank gekommen ist, er war kein Steierer, aber er war vorher nicht dabei kam. Und dieser neue Generaldirektor, ein sehr deutsch-meindeter Mann, der war sehr beeindruckt, dass ich Bismarck verwandte auch sonst die Meinung für der richtige Fähre, obwohl ich vorher noch nie in einem Industriebetrieb gearbeitet hatte, war der bereit, mich sofort, allerdings mit einem befristeten Pottag auf ein Jahr, als weiterer Konzernstrategie einzustellen. Eigentlich 13 Monate bin ich Direktor des Gas-Geschäftes geworden, das damals ertragreichste Geschäft der MV und war als Pflichtkircher sehr glücklich damit, habe ich nicht etwas anderes gesucht, bis Ende des Tages ein Anruf des Bundeskanzlers. Also ich muss sagen, zunächst mal ein Anruf planlich in die Regierung zu nehmen als Sozialminister. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ein Sozialminister, der keine Hauptmacht hat in einer großen Koalition, das kann nicht gut gehen, er hat einen solchen schon gehabt, das ist auch dort nicht gut gegangen, der war aus dem Kurz, obwohl er Gewerkschaft dabei war, und er hat die Gewerkschaft nicht hinter sich gehabt. Ich glaube, das vergiss ich werde übergehen, das war am Montag. Am Freitag war ich die Sekretär des Bundeskanzlers an und fragte, ob ich am Hochmähende für den Kanzler erreichbar bin. Das war in der Zeit vor Handy. Das heißt, man muss eigentlich von Samstag in der Früh nicht am Sonntag am Abend am Telefon sitzen und vielleicht anrufen. Samstag hat er nicht angerufen. Am Sonntag hat er am 10. in der Früh angerufen und hat mich gefragt, wie Staatssekretär eine neu zu bildenden Regierung lehrten wie. Und das war ein Punkt, wo ich bewusst in die Politik gegangen bin. Und ich gesagt habe, wenn ich jetzt die Chance habe, auf einem Regierungsstab, sei er noch so bürokratisch, weil ich Staatssekretär für auch Beamten trage, ist nicht wirklich der Traum eines, nicht mehr ganz jungen, aber idealistisch denkenden Menschen. Aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt die Chance habe, wenn die Regierung da gemeinsam mit einem anderen was zu tun, damit der Heirard noch größer wird, dann muss ich das machen, so dass ich den Rest meines Lebens das Maul halte. Ich habe daher sofort ungeschaut bei der Jagd gesagt, ich habe nur überhaupt nicht gewusst, worauf ich mich einmasse. Das hat mir dann die Gitti erzählt. Ich habe sie sofort, die Gitti jeder angerufen und geschrieben, Gitti, jetzt hat er mich gefragt, ob ich Staatssekretär Leben Tier werden will. Ich habe die auch gesagt, ich weiß nicht, was das eigentlich für mich bedeutet. Dann ist er auch reich gekommen, hat er erweitert. Na ja, dann war das nächste, das notwendige Foto der neuen Regierung, das immer gemacht wird, bevor die Regierung rüber geht zum Bundespräsidenten, haben die drei Arbeiterkammer Angehörige in die Regierung gegangen waren. Gefällt. Warum? Weil die sind vorher alle im Parlamentsklub vorgestellt worden, dass die neue Fraktion der Regierung, die anderen, die schon Minister waren, mit Ausnahme des Verte Herrn Latzner, sind dann im Auto hinüber gefahren und waren daher beim Foto drauf. Wir drei sind zu Fuß gehauen. Aber da können wir die werden. Und waren daher bei den ersten Fotos nicht drauf. So kann es gehen. Das wird schon wieder ausgeschrieben. Und Innenminister, wer war da? Also das ist dann weiter so. So war kein KG Ederer mehr notwendig. Das war dann schon der Herr Bundeskanzler. Spannend, da hat man schon geresselt eine Weile bevor die Regierungs Umbildung war. Wer denn das Treffen wird, wer danach kommt. Der Anlass, dass wir darüber nachzudenken begonnen haben mit der Regierungsfraktion und auch gemeinsam mit der Regie Kupotmann war, bekannt geworden ist, dass Franz Van Nitzki sich ein neues Privatwarten gekauft hat. Und den Bedanken der Hinterwalt wird der neuen Privatwarten gekauft und möchte ausschauen aus der Regierung und braucht das sowas. Wir haben vermutet, dass er früher oder später im Frühjahr oder wenigstens im Herbst und Parteitag ein Deco vornimmt, was er selber nicht bereit hat. Dann waren also die wichtigsten Gerüchte wie er nachvollen könnte. Im zwei Namen gehandelt worden ist, wie ein anderes ist. Prostelka, Mima und eine. Die waren nur ganz frisch gefankt und überhaupt als Staatssekretär. Die sind die spekulationen, die ich sehr abkönnte. Gut. Dann wurde es immer klarer, wo es hingehen könnte, wer da ausgeschieden werden würde. Es war klar, dass für den Natalzimmer gehen wollte, weil er so frustriert war davon, wie die Gewerkschaften behandelt haben, dass er gesagt hat, dass er abkommt, weil ich keine Interstrategie anzuerkommt. Es war klar, der geht. Es war schade von aber es war klar, der geht. Die zweite war, Jody Hesun an sich an der Art das Gänze war. Er war bereit zu bleiben, aber war genau so bereit zu gehen. Er wusste, es wird wahrscheinlich jetzt sein, dass er geht. Das dritte war der Franz Löschnerg, der eigentlich schon morgens lang herumgelehnt ist, die nie mehr alle anbissen hat, sich weiter nehmen und er war noch umso beleidigter, weil er geröst worden ist. Das vierte war die Johanna Donald, die eigentlich nicht gehen wollte, und die wenn sie schon hätte gehen sollen, am liebsten den Parteitag gegangen wäre, da kommt dort noch einmal Rechenschaft abzugeben. Ich war auch einer von denen, die gefunden haben, die sollte jetzt nicht gehen, die sollte dann die Chance haben, die hat genug für uns getan. Gut, wenn man das Spiel schon im Kopf hat, dass es so ausgehen könnte, fragt man sich die Wer kommt nach. Ich muss die einfache Antworten gegeben, der Sozialminister, statt der Gewerkschaft nach. Welcher , wenn nicht dauer, es musste einer sein, der seine eigene mitbringt und insgesamt den ÖGB mitbringt und die Verhandlungsposition der sozialdemokratischen Seite der Regierung nicht zu schwächen, sondern eher zu stärken, den sozialpolitischen schenken. Ich habe nicht gewusst, dass das der Franzi Hums werden würde, aber es war auch eine gute Lösung. Die zweite Frage war, wer kommt statt des Ferdinand Batzener? Das war nicht so leicht zu beantworten, da bin ich auch nicht wirklich darauf gekommen, es hätte eben einer sein können aus dem Kreis der weiteren Freunde und ehemaligen Kollegen vom Bundeskanzler aus dem Management Bereich der Herr Staatslechten oder Staatsnauer Franken oder sonst irgendwas, aber es nicht wirklich niemand eingetreut dazu geworden. Dann war die Frage mit dem Löschnerg. Da war für mich nach einigen Nachteilen ganz klar kommt kein neuer Innenminister wird kein frisch gefangter Innenminister wird jemand der schon irgendwo im Spiegel ist die Frage ist wo ist er im Spiegel entweder ist er schon in der Regierung oder er ist in einer Landesregierung oder er ist zumindest schon im Parlament muss jemand sein den wir schon kennen und der schon weiß wie der Hase läuft ungefähr Innenminister ist ein so heißer Job dass kein ganz neuer kommt kann man ja auch sehen was daraus wird ein ganz neuer kommt na gut unter Johanna war ich der Meinung und Hoffnung dass dann etwas die man nicht ausgerechnet hätte damit war die Frage wer wird Innenminister so ist durchgezählt und bin so mal geben sich und es kann mir passieren weil ich war schon mit Spielen das kam drei gefällt ich habe das meiner damaligen Frau erzählt das macht was im bescheiden und wenn ich Ihnen davon erzähle dann ist es wie ein künstler und wie wird es gut hat niemand davon erzählt dann kommt die Woche wo gewechselt wird Samstag wurde gewechselt davor Dienstag nämlich der Bundekanzler zur Seite fragt mich ob ich Finanzminister oder Sozialminister werde werden ich war sehr beeindruckt und zwar sehr stolz dass ich diese Fragen gestellt bekommen habe aber trotzdem sagen müssen ich muss darauf denken ich brauche zumindest eine Nacht bis ich etwas sagen kann das kann ich nicht sofort entscheiden ich habe mich für zwei Hächte gequält weil er hat keine Zeit für den nächsten Tag ich bin zum Ergebnis gekommen dass Sozialminister mit den schon gegebenen begründungen ich glaube wirklich gute Lösung ist weder für den Politiker noch für mich noch für die Partei ich habe keine Halt gemacht und das ist allein zu wenig um die zu sagen den habe ich auf jeden Fall abgetragen wollen der Finanzminister dass mich das sehr geeizt hat habe ich ein hohes anschauen von der Kunst das hat gehabt und dachte die Schuhe sind das groß ich komme nicht schnell genug in diese Schuhe hinein und habe daher auch dieses Angebot abgewinnt großen Bedauern aber damals nicht gesehen dass ich das schaffen könnte und habe dann gesagt ich kann es wieder verlassen und bemerken dass ich gerne für alles was mir will zur Verfügung stehe aber das Dienstwert schafft kann ich nicht gut die guten gemütlich sind zurück als Staatssekretär gegangen und gesagt das was einfach was in den letzten Monaten daran machen das wichtige was man hätte machen können als Staatssekretär für Beamten Folge habe ich schon hinter mir gehabt ich habe die Konfraren gehabt im Dezember habe das Sparpaket gehabt im Februar das war beides erledigt die Frage war was nun hin meine übrigens Idee war ein neues Arbeitsrecht für alle Arbeitnehmer gemeinsam also von Löhnen arbeitet dann über die Angestellten bis zu den Beamten und Staatsangestellten einheitliches Arbeitsrecht und ich wollte dafür den damaligen Staatsangest zu gewinnen um das gemeinsam durchzuziehen gut ist nichts draus worden ich war da nicht mehr zuständig für die Geschichte in Zeit am Freitag rufe ich den Bundeskanzler noch einmal in eine andere Frage an da ist um die Frage gegangen wenn die Regierung in Verfassungsgericht ist nominiert und ich hätte ihm leider einen Vorschlag machen wollen für eine Frau die nominieren könnte und sollte habe gemacht angehört und dann war das Telefonat eigentlich fast da rein gesagt du übrigens das stellst du zur Verfügung gilt das auch für die Herrgasse nicht gott es dann habe ich gesagt ja dann habe ich das mit einem dem Staatssekretariat erzählt ich bin Wahnsinn geworden wir ich bin Geschäftssekretärin der Amt der Biroleiter war Frau eines ehemaligen Examschefs aus dem Innenministerium gewusst wie das ist meine Pressebrächerin die Tochter eines Polizisten die haben gewusst von ich sage so ja dann bin ich Innenminister geworden mit oder ohne Scheidung ohne Scheidung und mit einer herzlichen Begrüßung an den Innenministerium ich habe nachdem ich angelobt war als bin Innenminister das war am Abend zum Amt Punkt ich weiß was erwähnt aber nein als heute April war es das war ich das war schon am Abend rufe ich dann dem Innenministerium an den den Röschel ich hätte es gerne rüberkommen und mit ihm melden was willst denn da ich bin jetzt Innenminister man knumpst halt so hat es angefangen so ist auch weitergegangen als Innenminister es war auf der einen Seite Franz Huff Sie haben auch schon Tontatblatt gesprochen ich will das eigentlich ausblenden ich möchte etwas ganz anderes mit Ihnen besprechen und schon den Bezug zur Gegenwart herstellen Sie haben ja als Betriebsrat der AK sind Sie abgegrüßt das ist Ihnen aber auch passiert das zweite Mal mit dem Fremdenrecht wo Sie ja den Koalitionspartner haben überzeugen können und Ihre eigene Partei hat dann gesagt nein das wollen wir nicht wäre dieses Fremdenrecht gekommen dieses Fremdengesetz gekommen wie würde Österreich heute aussehen sagen wir mal so das Rentenrechtspaket das ich da vorbereitet hatte ist in modifizierter abgeschwächter Form ist da weggekommen und einer der Anwälte die mich auch schon im Vorfeld meines Vorschlags nicht beraten hat ich hatte damals relativ viele Anwälte die im Schlicht bereich die waren als Ratgeber mit denen eine Frage habe ich besprochen welche sind die blödesten Situationen und die rechtspolitisch auch die gutesten Situationen wo man dafür sorgen möchte dass das Gesetz geändert wird und einer dieser Anwälte der eigentlich seit damals ständig Flüchtlinge vertreten hat vor Gericht hat mir gesagt mit diesem Gesetz ist es einfach einen Riesenschritt besser geworden auch wenn das nicht alles transportiert hat was du damals wolltest ich habe mich nach meiner Zeit als Innenminister nicht mehr sehr intensiv damit beschäftigen können aber wenn man dann ein anderes was sagt kriegt man dazu ein auch wieder sehr großes und ist man gehindrechtlich beschäftigt auf dem Pferd zu sitzen zu kommen und das dazu zu bewegen die Richtung einzuschlagen die man gerne hätte ich glaube dass man mit dem Fremdenrechts paket tatsächlich in die menschlich werden doch auch eine klare Politik hat ziehen können es ist nicht darum gegangen Flüchtige auf jeden jeden Preis draußen zu halten sondern es ist darum gegangen dafür zu sorgen dass diejenigen die wirklich Fluchtgründe haben auch eine Chance haben in Sicherheit zu kommen und dass die anderen die auch gerne nach Österreich kommen nur nach Maasgaritessen kommen können dafür nicht brauchen und dass zunächst aber dafür gesorgt werden muss dass in Inland diejenigen die die relativ schlechtesten Karten haben nicht das Gefühl haben um sie kümmert sich keiner wenn man diesen Menschen vermitteln kann dass die Regierung die Partei die man arbeitet sich wirklich um sie kümmert dann kann man auch erwarten Toleranz oder Akzeptanz für Leute die uns noch schlechter geht wenn man die aufnimmt und dafür sorgt die eine Chance kriegt aber das ist die Voraussetzung das muss stimmen dann braucht man überhaupt kein Populismus gegen Flüchtlinge und wir haben damals ich muss mal dazu sagen ungefähr 60.000 bis 70.000 von Bosnien Flüchtlingen im Land gehabt jetzt ist es nicht ganz vergleichbar mit den Flüchtlingen die jetzt in Syrisch und anderen Problemen und so gekommen sind einfach weil die viel näher waren weil Bosnien es hat keine reichermassen angenehme Flüchtlingskubik eben wie die Bosnien und so gekommen sind letztendlich viele geblieben aber es ändert nichts an die Stimmung war aufgeschaut Heider hat es auch schon gegeben und 60.000 sind nicht so wenig von ganz geblieben sind und wie bewerten Sie heute 2020 die Situation Asyl Fremdenrecht wie würden Sie wenn Sie jetzt Innenminister wären ich weiß das wäre wenn ich sage ich hatte nicht ganz leicht zu beantworten ich persönlich bin der Überzeugung dass es eigentlich notwendig wäre eine europäische Lösung zu finden und das was momentan vollkommen verbaut ist durch jeweilige nationalistische Egoismen es ist nur löstbar gemeinsam und es müsste eigentlich gelöst werden wenn man die Grundwerte zu dem Unangewicht die Europäische Union und wir alle stehen und das ernst nimmt Flüchtling zu sein ist Ticket Flüchtling also Asylsuchen die unter dem Ticket Flüchtling den angenehmsten Weg ins gelobbte Land finden wollen das haben wir damals auch schon gewusst wenn es einem flinkt das Flüchtling anerkannt zu werden ist er ihnen dann gleichgestellt das Besseres kannst du dann kriegen das ist außer Ander nichts für uns ist das wird sehr scharf kontrolliert und es wird in wirklich Chattensburg auch schon zu einer Zeit tendenziell mit Vorurteilen gegen die Flüchtlinge operiert und nicht für die Flüchtlinge Ich habe dann einen neuen Leiter des Bundes Asylamts bestellt der vorher Rechtsberater der Rechari das war wenn man daran gelegen war dass das Ding umgedreht wird dass dann nicht massiv mit Vorurteilen gegen die Flüchtling gehalten zufällig in der Kurz Strache nach 20 Jahren abgelöst wurde die ein gut gehalten Sie waren der Wissenschaftsminister mit einer Kombination Verkehr wir hatten schon Wissenschaftsminister mit Kombination Wirtschaft ist nicht wirklich nachvollziehbar gerade für mich als Wissenschaftlerin ich habe heute mit dem ehemaligen Dekan ganz stolz gesagt mit dem Gerhard Kroger ich treffe heute den ehemaligen Wissen unseren ehemaligen Boss von der hätte ich heute ein disziplinar verfahren bekommen das ist die eine Seite man sagt heute mit 89 Jahren gesagt das ist ja ganz ein lieber das ist aber jetzt als Wissenschaftsminister wie wechselt man von einem heißen Job Innenminister kommt das Wissenschaftsressort gemeinsam mit Verkehr das ist noch ein bisschen komplexer ja die eine Seite ist dass der damalige Bundesminister für Verkehr Victor Klima im Wahlkampf 95 gefunden hat Verkehr ist für ihn zu wenig er hat eh Zuständigkeit gehabt für Verkehr und verstaatlicht Industrie also verkehrende Industrie aber das war ihm eigentlich zu wollte das bessere haben und die weitere Idee die er gehabt hat muss ein englischer wäre sein ist das Triple I Minister for Industry Infrastructure and Innovation Triple I Infrastructure Verkehr Industrie Innovation und Innovation Wissenschaft und gemeinsam mit dem Bundeskanzler haben die drei eine Pressekonferenz gegeben im Wahlkampf 95 wo sie dem Staunen vorgestellt haben dass die entscheidende Neuerung das Triple I Minister hat Schritt Nummer 1 Schritt Nummer 2 zwischen Weihnachten und Neujahr geht der Finanzminister verloren das war eigentlich der Steilbacher der ist es damals geworden wie ich es nicht geworden bin und der ist zwischen Weihnachten Neujahr hat er das Recht der Klima geht zurück in seinen Beruf als Wirtschaftsbücher Berater für Klima aber Frau Linske hat plötzlich einen Finanzminister gebraucht und zwar Flott hat ich glaube die Wahlen die Bonn 1934 er hat etwas Zuwächs erzielt die höchsten Zuwächs erzielt damals ich erzielt da ich habe Geschehen dazu aber das ist ein Aprikafé hat also den Klima aus dem Hut gezogen hat der soll jetzt Finanzminister werden Klima nicht faul war klar ich kriege kein Flug bleiben Minister aber die Industrie hat sie mitnehmen wohl vom Verkehrsminister also hat er sie mitgenommen im Finanzminister zurückgeblieben ist das Verkehrsminister das nächste Mal das hat man der Udi Schulten hernehmen müssen zusätzlich zu dem was er gehabt hat nämlich Wissenschaft und Kunst das war durchaus ein schlüssiges Minister aber sie hat das Verkehr dazugekriegt und hat Wissenschaft Verkehr am Klus gehört und hat das auch noch ein Jahr lang gemacht und ich habe Innenminister bleiben dürfen bei dieser Gewerkenheit obwohl Frau Mitzke schon damals angeboten als Wissenschaft sminister bitte jetzt habe ich das drei vier Jahr durchgekämpft jetzt komme ich endlich zu dem Punkt wo auch welche mir folgen wollen das hätte schon gern weiter machen es war auch ein nächtliches Telefonat ich war auf Urlaub in der Ramsau der rufte mich an ich sage ihm das was ich zitiert habe ich rufte mich an ich war mitten in eine Schlussverhandlung für die Ehrenfüllung am nächsten Morgen stehe auf ich bin jetzt der Innenminister oder bin jetzt Wissenschaftsminister bin ich auch in Europa schau die Zeitung und ich konnte nicht drinstehen weil ich war noch nicht so weit aber dann endlich dann Rudi Scholten angefangen gesagt Rudi bist du noch Wissenschaftsminister und der Vorraut und ist das Wissen ja nur so ich lade dich ein in der Recht in den Minister zu zu gut es vergeht ein Jahr dann ist geht wirklich wir haben das auch wiederum eigentlich erst im letzten Moment erfahren Nein kein neues Auto sondern plötzlich ein Bundespartei Präsident überrascht ein berufen ja also jetzt hat er hier ein Rückblick erklärt und den Klima als Nachfolger vorgeschlagen was ihm nicht leicht gefallen ist und ja dann hat der Klima begonnen sein neues Team zusammen zu streben einerseits hat er die steirische Frauenministerin der Konrad hat er sehr unangenehme aus dem Kreis einfach rausfallen lassen hat er erstens nicht gesagt sondern anders sagen lassen das war ich der es gesagt hat nichts getan an irgendeinen Finger zerrühren wie er wertet politische schicksal aber das Mandat auch legt das garantiert es war nicht besonders nicht wenn man sich in einer sozialdemokratischen Seite erwünscht dass man anders miteinander umgeht kurzum niemand will dass ich weiche aus dem Innenministerium ich will seit der großen Zeit als affiner Minister haben der in der großen Zeit gut ankommt und das war ich nicht das ist eindeutig und er hat gemeint ich bin so beliebt bei den jungen das hat gestimmt ich habe den besten Wertiger bei den jungen Wählern daher sollte Wissenschaft nicht gehört und so lieber Richter das ist eine hübsche Idee so gut kann ich gar nicht sein dass ich als Wissenschaft Minister Punkte so viel Geld kriege ich nicht gebe zum Finanzministerium das was mich da attraktiv macht bei den jungen ist dass ich Innenminister bin das wäre die richtige Antwort nein das wäre das andere Satz wir haben zwei Stunden lang gerungen dann habe gefragt ich habe gesagt Wissenschaft und Verkehrsminister tatsächlich aber ist der Rest der geblieben ist nach Scholten Wissenschaftsverkehr und Kunst gewesen aber Kunst hat der Klima gefunden die nimmt er sich selber weil er hat so ein Technokraten Image und das möchte er am liebsten ein bisschen loswerden wenn er die Kunst nimmt verletzend technokratischen vollkommen verrückte Idee aber hat ja auch nicht funktioniert ja dann ist der Bundeskanzler Zusatzkompetenz für die Kunst geworden ich bin Wissenschafts- und Verkehrsminister geworden und habe allerdings in den drei Wochen die ich auch Kunstminister war zwei entscheidende Erlebnisse gehabt das eine war ich habe den Okanball eröffnet nicht dass das was besonderes ist wenn Regierungsmitglieder den Okanball eröffnet ist immer ohne der offenthalte erlöscht nein der Bundespräsident war klang konnte das Haus nicht verlassen und das Okanhaus nicht betreten und der Viktor Klima war damals hat sich gefürchtet vor der Funktion vor dieser Funktion und ist zur hinterländischen Präsidentschaft nach Amsterdam nach den Haken geflogen daher war ich Hausherr in Europa als und ich hatte es selbst als den Minister auf der roten Seite und daher war ich derjenige der in der Mitte der Regierungsloch gesessen ist und ich war derjenige der das einzige Mal Macht ausgehebt hat ob man zu eng war und schwarz-weißen Gänzer aufhören also die schwarzer Angalette sind jung eröffnet entweder in weiß oder schwarz gekleidet worden fluten diese bunten Massen auf die Tanzfläche das ist einfach optisch ein wunderbares Bild ich bin hinterher sitzen geblieben und hab zugeschaut fasziniert wird mir aufgefallen dann irgendwann dass alle anderen neben mir auch sitzen bleiben und neben mir ist der Justizminister gesessen ich so bleiben sie denn alle sitzen sagen so so wenn sie nicht aufstehen dürfen nicht aufstehen dann bleiben natürlich obwohl ich gegenstehende Wette gehabt habe mit Rudi Scholten dass ich das Haus vor Mitternacht verlasse und alle drei Betriebshauskörperschaften plus der Ausgeber der Opa besucht haben würde wenn ich das Haus verlasse im Winter habe ich gewonnen das war die eine Situation die andere Situation muss der Kunst darf ich auch nicht verschreiben eigentlich waren alle im Ministerium also insbesondere der Kunstsektion anders der nachmalige Stadtrat für Kunst und Kultur in Wien der hat gar nicht geleitet hat der Sorgung dass das nichts wird mit dem Klima als Kunst wenn ich das keine Ahnung hat und das das besten ist immer wenigstens in dem ersten Jahr wo er ist das Geld das zur Verfügung steht für vernünftige Projekte ausgibt welche ich antritt ich habe die nächsten zehn Tage Ausschließung Budgetakten unterschrieben die mir von der Kunstsektion vorgelegt worden sind wir haben das gesamte Geld ausgedriffen Klima dass ich beim Klima nicht allzu gut angeschrieben war Sie waren ja eigentlich dann recht jung für einen Politiker als Sie sich von allen politischen Funktionen 2007 zurückgezogen haben Sie waren 59 Jahre Sie sind dann 2011 in Pension gegangen haben Sie niemals ein weiteres politisches Amt angestellt wir kommen dann noch zu Ihrer Position als Nationalratsabgeordneter aber wollten Sie nie mehr Minister werden auch haben Sie Kusenbauer gefragt was ist mit mir vor nichts und dann sind sie gegangen da bin ich einfach gegangen so der Standard 2007 tituliert aber selbst wollten Sie keine politische Funktion aus selbst habe ich die Frage stellt sich ob man will oder nicht der Minister wird dann der eigenen Bundeskanzler oder Vizekanzler wird dann fragt er was werden will sonst wird man es nicht anstreben es nutzt damit viel nein ich habe es auch nicht angestellt bin dann Abgeordnete geworden ich habe ja es hat eine erstaunliche Entwicklung an sich hat Viktor Klima der damals ja noch Parteivorletzter war nach der Wahl die zur Regierung schluss geführt hat mir angeboten ich kenne die Kunst und Kultursprecher im Parlament das war bei Josef Tschad damals ich wollte das auch gar nicht reden es wurde dann ein Posten für mich kreiert also der hat es früher schon mal gegeben aber der ist dann zusammengelegt Peter Schieder der war außenpolitischer Sprecher und war auch europapolitischer Sprecher im zweiten Rat Besprech 2 dann Peter Schieder beide übernommen und dann hat das wieder gespalten so dass ich europa sprecher geworden bin damit war sichergestellt auch für den dass ich kein Konkurrent mehr bin weil europa sprecher knusht niemand vor das habe ich vorher noch nicht so genau gewusst aber das ist so da bist du ohnehin schon fast ein Verräter als die europa abgeworfen begelten die eine der Partei überhaupt als Verräter weil sie nicht ausschließlich sind nicht vom Ballausplatz oder vom Röpf-Straßersingen sondern in Europa auch verantwortliche Positionen einnehmen die zum Teil nicht mit der innen politischen Situation und wenn man Europasprecher im Inland ist ist man schon so nah an dem anderen dass man fast auch schon ein Verräter ist also nein das war ja dann nicht ungern muss ich ganz letztlich sagen weil ich habe da welche Grundrechtskonvention und man verfasst keine Konventionen an den Anführungsverbrechern des Nationalen und ich bin ja in der Schlussphase nach dem Peter Schiller nicht mehr eingetreten das bedeutet weil ich selbst dann wiederlebt habe auch außenpolitischer Sprecher geworden also ich habe die wieder zusammengekickt aber ich habe es in Europasprecher zu uns in einer Steuerlinie da abgegeben und ja ich war dann sehr gerne außenpolitischer durch als Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses das einzige Amt das ich wo ich man muss es anders sagen und ich verrate in einer Geheimnis die ich jetzt noch nicht gelieftet habe das einzige wo ich noch einmal ins Nachdenken gekommen bin war nämlich ein ehemaliger Mitarbeiter der der 13-Tage und da geht hier eh dabei insbesondere die Ecke hier fragt da wer überlegen möchte den Bundespräsident kandidieren aber für mich ist das wahnsinnig ich kann auch mit niemandem drüber reden weil es ist eh schon wieder vorbei es sei denn dann habe ich mich bei Heinz Fischer angewählt und habe gesagt lieber Heinz versetzte von der Idee dass ich mich für keine Nachfolge bewerbe und habe mir dazu gesagt warum ich damals geglaubt habe dass das vielleicht gar nicht einmal vollkommen abweg ist und ich davon ausgegangen bin dass der damalige Bundeskanzler Feinmann den Sozialminister Hunstower nicht ziehen lassen wird weil das die stärkste Figur seiner Regierungsmannschaft war und zu einer der von allen Seiten angekannt worden ist als jemandem der man vertrauen kann der auch in der Qualität dafür scheiße von das verpredet und b ich war ziemlich sicher dass der selbst das nicht werden wie wir eingesehen die die sind der Heinz hat gesagt es ist beides falsch werden er lassen gehen und er selbst glaubt er kann das werden da wird mal gesagt wenn es selber werden ist dann würde ich nur eins raten die nächsten monate schweige darüber sag niemandem was davon sonst ist hin ich habe das schweige durchgesetzt bis ich heute hier vor Ihnen sitzen das ist gering ich habe nicht kandidiert ich habe schon nicht geworden aber wenn man bedenkt wie ähnlich ein kandidat von der bellen ein kandidat einem gewesen wäre könnte man sich vorstellen dass das schlecht tot genommen hat der kandabell hat nicht einen entscheidenden vortrag hat aber nie innerminister und innerminister ist ein dreck hat das ist nichts womit man gut reisieren kann ich möchte vielen 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 Dank für das Vertrauen es wird aufgezeichnet es ist aus mit geheimnis du rei das ist vielleicht jetzt auch für sie das letzte geheimnis gewesen ich möchte aber noch auf Europa zu sprechen kommen und wenn mich selbst auch interessiert sie war im Verfassungskomment Europa der Europäischen Union eine Verfassung geben würde die EU heute anders darstellen hätte sie eine Verfassung mit Franz Timmermans als Kommissionspräsident wie würden sie das einschätzen also erstens ich bin sehr zufrieden dass wir eine Kommissionspräsidentin haben also das für absolut notwendig dass das jetzt mal passiert ist es hängt nichts an dass ich den Hans Timmermans für eine ausgezeichnete Lösung gehalten hätte ich habe recht gut kennengelernt wie hat das ganz ist natürlich sehr schön sehr 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 Dank haben nämlich jedes Vertrag gewinsteht nein ich glaube das Problem das Europa momentan hat wäre auch durch die Verfassung nicht lösbar gewesen es wäre nicht so scharf es hätte sich vielleicht nicht ganz so scharf entwickelt das warum ist im Kern gegangen das Verfassungskonvent war auch die Entscheidungsfindung in Europa etwas transparenter und etwas demokratischer zu gestalten das ist ein Beispiel einer der Grundsätze mit denen ich damals auch in die Vente eingezogen bin war wenn auf der Regierungsseite Mehrheitsentscheidung dann muss es auch durchs Parlament eine Mehrheitsentscheidung geben wie sollen diejenigen die unterlegen sind in der Regierungsrunde also als Minister oder als Ministerpräsident wie sollen die zu Hause erklären dass sie das trotzdem umsetzen müssen im Inland eines Landes wie Österreich eines unterstaatlich Verfassen ist es auch so wenn die Vorarlberger nicht zufried sind mit dem was entschieden worden ist es gibt die Ebene des Parlaments es gibt die Ebene der Regierungen es gibt zwei Ebenen auf denen entschieden werden müssen den Beitrag der Fürstung von Spünsers ohne dass es demokratiepolitisch ein Problem wäre das ist in Europa noch nicht gelungen das hat eine ganze Reihe von anderen Dingen die Abstimmung also andersrum wir müssen andersrum beginnen die Europäische Union ist zumindestens auch vor allem eine Plattform zur Durchsetzung nationaler Interesse der Innenstädter das sind aber viele das ist wie eine Regierung mit 27 Parteien schauen Sie sich an wie schwierig es ist mit zwei Parteien zu regieren 27 Parteien und das das hat schon eine Frage verloren das was wir ändern wollten auch aus praktischer Einsicht also in dem Fall in meinem Fall aus der Einsicht die ich schon als Minister gewonnen hatte und der ich relativ viele europäische Ministerräte habe besuchen dürfen der Punkt ist einfach wenn es darum geht verschiedene Dossiers also Themengebiete gegeneinander abzustimmen zu schauen dass man bei etwas wo man es ganz dringend braucht für die eigene Politik im Land damit man das kriegt muss man am Grunde etwas anderes hergeben was einem selbst nicht so wichtig ist oder den anderen sehr sehr wichtig ist man hat aber als einzelner Fachminister nur das Spielmaterial das im eigenen Ressort vorhanden ist und wenn ich im verkehrspolitischen Bereich was erreichen wollte musste ich aus dem verkehrspolitischen Bereich das herrschenken wenn es man dienlich haben wäre daher war der Vorschlag aber auch der Vorschlag der sozusagen letztlich sich durchgesetzt hat zum Konvent einen Europaminister in jeder Regierung zu schaffen der die zentrale Funktion hat die Gesetzgebungstätigkeit im Rat auf Ratsähne monolisieren das heißt wenn ein Mitgliedsstaat in der Agrar in der Verkehrs in der sonstigen Finanzpolitik über Interesse hat vertreten zur Abstimmung unter den anderen mit den anderen sollte es immer dasselbe der alle Reservoirs zu verfügen hätte für diesen Zweck oder zumindest das gesamte Spielmaterial das nationalverhandene einsetzen könnte um das was die Regierung zuhause will auf eine vernünftige Weise Verhandlungswege durchsetzen zu können das ist also allererstes abgelehnt worden von dem Außenminister und schon auf was das konventiert wird und das war bei vielen Dingen so dass eigentlich ein bisschen voreiligste Dinge verworfen haben sind die ganz gut überlegt werden und das war das andere Problem das auch jetzt ein zentrales Problem ist dass der politische Nationalismus schon wirklich fröhlich übersteigt gefeiert hat also beispielsweise die französische Fraktionsführerin der Sozialdemokraten von Wendt ist dann als erstes übergelaufen zu denen der die Volksabstimmung dagegen verlangt hat mit solchen Partnern kommt man sehr weit kommen und das war nicht das einzige Beispiel das nur eins dass man eben auch heiß aufgeschlossen ist nein das ist schade man hätte manche Sachen etwas besser und leichter haben können als es jetzt der Fall ist das zentrale Problem ist allerdings dass es momentan kaum Europäer gibt unter den nationalen Regierungschefs oder Ministern also vor allem Regierungschefs und ohne zumindest ein oder zwei echte Europäer die die anderen mitreisen können kommen wenn ich die da in vernünftigen Pfad gegeneinander arbeiten führt es nichts hin ja hören Sie diese Stelle schon ab Sie haben ja wir können nachlesen und vielleicht können wir uns noch ein weiteres Punkt von Ihnen in diese Richtung vorstellen oder was Sie darüber schreiben Sie haben einerseits geschrieben ein anderes Österreich in einem neuen Europa beziehungsweise die Quadratur der Sterne ist auch sehr schön über die Verfassung für Europa ich habe sie schon auf meinem Schreibtisch werde sie auch lesen vielleicht kommt noch ein neuer einen dazu in diese Richtung denn ich denke über Europa kann man in Zeiten wie diesen sehr viel schreiben und auch vor allem über Österreichs Europapolitik oder nationale Europapolitik wie immer man das sehen möchte ich möchte aber zurückgehen noch in die Innenpolitik wir Steierer sind ja bekannt oder die steirischen SPÖ-Politiker allen voran der ehemalige Landeshauptmann Franz Boves dafür bekannt dass sie sich kein Platz vor den Mund nehmen in Bezug auf die Situation in der sozialistischen Partei Österreichs wir haben auch einen Rebellen aus der Steiermark wenn man das so benennen kann den Max Lercher sie selbst teilten ja Inhalt der SPÖ auch als schwierig und eigenwillig schrieb 1998 das Buch gegenwind auf der Suche nach der sozialdemokratischen Identität wie sehen Sie heute die Situation in der SPÖ wo ist denn die Identität wie würden Sie heute die sozialdemokratische Identität 2020 beschreiben wollen sowohl tätig nicht okay Sie müssen ich bin allerdings auch wieder von einer steirischen Zeitung steirischen Zeitung sind ja in Graz aber die in Graz erscheint das ist ein Fazit eine sehr gute gemachte Zeitschrift die immer wieder auch sehr ordentlich Artikel bringt im Februar gebeten worden genau zu diesem Thema einen Artikel zu schreiben Zustand und das Vertiefen der SPÖ ich habe zunächst überwacht ob ich mir das antun soll habe es dann getan bin zu einem ziemlich pessimistischen Urteil gekommen meine Einschätzung ist falls jemand interessiert dass wir uns auf Bundesebene nicht mit erschreffen wir sind momentan in der Größen von 16 17% angelangt ich glaube nicht dass wir den Menschen mal zuzuregen ich glaube dass wir noch mal zu verlieren können und das was entscheidend ist dass wir die Grundlage für Politik nämlich Vertrauen verloren haben und dieses Vertrauen wieder zu gewinnen geht nicht mit Reden im Parlament der Partisationspartei das ist ausgestoßen noch dazu zu den Prämissen unter denen es stattfindet mit einer Parteivorsitzenden die an sich sympathisch und gescheit gewesen wäre aber in den ersten Monaten ist hier alles falsch gemacht was man falsch machen kann was schlecht beraten worden ist und sollte einfach verlorenen Posten ist in Wahrheit bemüht sich jetzt schaut immer noch nicht aus aber bin und jetzt ist nicht mehr leider wäre in der Lage gewesen nach meiner Überzeugung am Anfang der anderen Toaching und der anderen der anderen Performance natürlich eine Herausforderung für den Kurz zu werden gut das vergossene Milch sehe ich nicht mehr mein Eindruck ist dass wir in Wirklichkeit schauen müssen dass wir den Boden sozusagen zur konkreten Arbeit für Menschen die das spüren dass wir etwas tun kommen müssen und dass wir das in aller Ruhe in aller Nachhaltigkeit im Barriereland betreiben müssen und die Leute wieder verstehen dass diejenigen wirklich zuhören und die wirklich etwas tun wie so Zorge in der Garten sind wenn wir das nicht schaffen diesen mühsamen wirklich mühsam zu gehen kann haben wir auch ein Problem ich habe das Glück gehabt dass meine ehemalige Bezirksäure sozusagen meine Bezirksäure sozusagen wo ich erfuhr sitze und bin in Wien in meinem Bezirk mir kurz nachdem ich diesen Artikel geschrieben habe der veröffentlicht worden ist in Graz der ist unter der Wahrnehmung schildert der Kundensebene geblieben vielleicht kommt er jetzt in der Zukunft das wäre noch ganz late aber ich warte vor noch vergebens die haben gesagt sie nehmen ich bin zwar nominell Chefredakteur der Zukunft in welcher bin ich da zum Rücken als Rückendeckung für den wer die Arbeit macht ich mache nichts ich habe diesen Artikel noch eingeblendet meine Bezirksäure hat mir das weitergemacht wir haben gerade eine Aussinnung gehabt von allen Parteimitgliedern und nahmen alle Funktionäre so sie mögen jetzt in Zeiten der Corona alle alten Parteimitglieder anrufen und sie fragen ob man ihnen etwas helfen darf das wäre so wirklich von Sinn an alle Parteimitglieder sonst niemanden müssen alle ansprechen die das brauchen können die wollen ja nicht nur bei den alten Parteimitgliedern gerade noch einmal eine Stimme bekommen die haben da auch in wichtigem Aussehen geändert und im mittelbaren Effekt sie haben im Facebook 400 Follower gekriegt relativ rasch und 40 Leute die sich gemeldet haben was zu tun zu allen Leuten im Bezirk zu kennen die einfach was brauchen könnten und zu schauen was es ist und ihnen zu helfen und zwar nicht nur Mitglieder der Partei sondern auch andere es ist relativ einfach es ist nur mühsames Aufrechtsverhalten man wird dafür nicht berühmt und macht nur was Sinnvolles mit Lutas hat sich das auch reichen ich möchte weil die Zeit ja auch schon vorangeschritten ist auch etwas zu eine Frage noch nachdem Sie 2007 aus der Politik dann ausgeschieden sind wechseln Sie wieder in die Privatwirtschaft und Sie wurden dann Gründer der Austrian Business Aviation Association und das hat mich doch ein bisschen verwundert warum Luftfahrt das hat ja mit der Ramsau eigentlich wenig zu tun zumal ein Berufswunsch von Ihnen gewesen war Autobuschauffeur zwischen Ramsau Tachstelle und Schladnik zu werden aufgrund der vielen Kurven wie kann man das mit einem Flugzeug jetzt gewerkstellen ist eine rhetorische Frage würde ich sagen das ist der nächste konsequente Schritt oder nein die ist relativ für meine Welt ist relativ einfach 2007 Sie haben ja schon zitiert mein Parteivorsitzender zu mir gesagt hat was er mit mir freut nämlich nichts mehr und hätte ihn auch als Experte irgendjemandandert in der Europäischen Union oder sonst nichts von mir gewollt ich habe es sehr genossen in der Phase in der ich Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses war weil ich da eine ganze Reihe Dinge tun konnte die mir wichtig waren die spannend waren und über die ich tatsächlich ein Buch geschrieben habe das momentan in der Produktion ist ich habe mir ausrechnen können dass ich bei dem Team das damals dran war an der Parteispitze keine Chance mehr hätte noch einmal gewählt zu werden so gerne ich außenpolitische Sprecher und Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses gibt es wieder ich hätte die Chance wahrscheinlich nicht gehabt noch einmal reinzukommen wenn mein Bezirk oder mein Waldheiß war zu Dänis auch durch Indahun und Waldheiß Regeln hat er zu wenig Stimmen gehabt um überhaupt dort je noch einen Grundpandat machen zu können es hat es überhaupt nur zweimal gegeben einmal nichts gehabt wenn man als der ÖVP stattdessen hat der Schauspieler durch Namen vergessen durch der Zahnar Entschuldigung Danke dann ist die Zulwechelung der Auslandsösterreicher Stimmen die übersprich des Parlaments zugerechnet worden sind wenn sie keinen Wonsitz in Inland gehabt haben weggefallen zugunsten der Regeln dass sie alle am ehemaligen Wonsitz weggefallen damit sind ein paar Tausend Stimmen im Reichheis weggefallen damit ist das Grundpandat unerweichbar geworden ich war immer darauf angewiesen gesehen wie auf der Landes- oder der Bundesliste geparkt wie man ein Mandat kriegen kann es war unwahrscheinlich und ich habe gesagt Danke lieber das Geregenheit die Geregenheit ist dadurch passend geworden als ich im Frühjahr 2007 einerseits von drei Vertretern meiner Verbreterin mit Schreiber Vertretern Medizin Universität Wien angesprochen worden bin ob ich nicht vielleicht Klamitieren Recht als Rechter der Medizin Universität das hätte mich sehr gereizt gebe ich zu ich habe dann auch zwei sehr ausführliche Gespräche mit denen geführt das war eine spannende Geschichte der Grund ist nur wenn man Abgeordneter ist und sich für so eine Stelle behirft dass er sofort öffentlich wird und sie nachher nicht kriegt das auf beiden eben hin und das eine entgelt und die wäre relativ arsch da habe ich mich dann nicht beworben um diesen Rechter es war auch nicht hochgradig wahrscheinlich dass es geworden wäre aber es wäre eine sehr spannende Aufgabe gewesen das zweite ist dass in dem Frühjahr 2007 ein Freund ein Anwalt den ich aus den Zeiten der Vorg gekannt habe zu mir gekommen ist der zu diesem Zeitpunkt im Aufsicht einer bewahrten business gesellschaft tätig war die gerade ein ziemliches Problem hatte bis dann nachher erfahren habe nämlich die Geschäftsführer der Tochtergesellschaft dieses Unternehmens zum Teil bekommen die rechte Tasche zu haben also hat sich der Eignung rausgeschlissen die haben aber gleich 30 Leute aus den mittleren Führungskritte mitgenommen das hat das Unternehmen in eine nicht ganz unerhebliche Krise gebracht und die haben daher jemanden gebraucht im Vorstand des Unternehmens der Vertrauen bindet uns deutlich macht dass das Unternehmen nicht im Bach untergeht wenn man weiter leben wird und dass sie dafür ehemalige Politik genommen haben ist natürlich eher erstaunlich aber das gibt es auch also das war dann ich bin dann Personalschef geworden und war dann halt der Herr Manager in einem Berufsfeld das mit der Sozialdemokratie eigentlich nicht sehr gut zu vereinern ist weil das sind Flugzeuge die typischerweise von den Gestopften genutzt werden solange sie von denen genutzt werden das war dann 2008 mein auch aus aber das ist ein anderes Problem und die Ocean Business Aviation Association die habe ich gegründet warum ich habe gesehen erstens dass die Business Aviation Unternehmen in Deutschland alle gegeneinander schiefreden also die haben kein gutes Jahr aneinander gelassen das ist für einen Berufszweck mit sehr gescheit das zweite ist es hat eine europäische Business Aviation Association gegeben wo ich relativ rasch in den Vorstand aufgestiegen bin wie gesagt würde ich das gern werden und da haben wir dann auch mal bei der österreichischen Gesellschaft auch ein Dachverband sozusagen mit denen und da habe ich gemeinsam mit dem anliegen Geschäftsführer das ist auch heute noch der Tirolerischen Business Aviation Gesellschaft Wir haben ein paar Unternehmen zusammengesucht und wir haben gemeinsam beschlossen wir machen sowas ich bin dann der erste Präsident gewesen einmal Politik immer Politik in dem Fall im Interesse Politik für Business Aviation und wie ich dann gegangen bin aus der Business Aviation 2007 ist leider gerade gesagt dieser Dachverband wieder eingegangen weil keiner von denen die das hauptamtlich machen normalerweise die Zeit hat sich um sowas zu kümmern und da ist es dann wieder weg gewesen Ich habe genügend Luft gehabt dafür und ich habe andererseits genügend Erfahrungen gehabt um solche Dinge zu organisieren und da ist es mir vielleicht gefallen Das Lustigste daran war glaube ich schon drei Jahre nicht mehr in der Business Aviation bin ich auf der europäischen Ebene geehrt worden für meine Verdienste um die europäische Business Aviation und habe einen wunderbaren stilisierten Flügel einen Holzuntersatz gekriegt den ich mir dann bei der Business Aviation Messe in Genf die jedes Jahr stattfindet wie ich dort die Feierlichkeit dann abholen kann Ich habe drei Fragen eine ganz... Danke für die Kürze Wenn Sie sich heute noch entscheiden könnten zwischen Politik und Wirtschaft wofür würden Sie sich entscheiden? Ich würde mich auch wieder für politisches Engagement entscheiden das heißt nicht notwendigerweise für Politik das heißt nicht notwendigerweise für für was ich sehe Abgeordneter oder Antreten bei politischen Ämtern aber für politisches Engagement für Einsatz für bestimmte Ziele das ja der Rest würde sich dann ergeben an das was ich gerade tue es muss nicht unbedingt auf ein Mandat welcher Art auch immer hingehen Sie haben Standard ich habe ja bisher recherchiert das ist so die Natur einer Wissenschaft darin um sie so zu schauen den Standard im Jahr 2007 auch eine Frage beantwortet wo ich ein bisschen nachkramen wollte Sie malen in Ihrer Freizeit und Sie malen auch gern ich würde so sagen Parocken Frauen das war 2007 Warum? Also erstens damals hat es noch gestimmt ich habe seither nichts für gemalte Okay dann sind Sie schlanker geworden etwas was ich durchgehalten habe insbesondere beginnend mit meiner Zeit in der Bundesregierung war dass ich gezeichnet habe verschiedene Dinge wenn man frisch in die Politik kommt in so ein Kremium wie die Bundesregierung vor allem da haben Begriffe die man sonst nicht verwendet und wo man sich dann fragen kann wie schaut das eigentlich aus wenn man es wörtlich nennt und da habe ich dann immer wieder schöne Zeichner produzieren können die versucht haben da zu machen zu reden ich nehme eine Hand als Beispiel auf dem Fall nicht aus der Bundesrepublik sondern nur aus dem Innenministerium wenn dort immer wieder behauptet dass die Chefinspektoren aus den Schultern der Niederrige und die Beamten sitzen und die da noch anderen die dann ganz unten sind und die eigentlich den Dienst auf der Straße machen dann muss man es einmal zeichnen wie die da aufeinander sitzen und Dienst machen und man muss sich auch überlegen wenn das Problem löst Dinge dieser Art habe ich auch gezeichnet bis zum letzten gelegentlich angefertigt also das gibt es noch was die vielen Frauen betrifft es ist natürlich überhaupt nicht akzeptabel für einen Mann überhaupt so etwas A sagt und B tut es waren nur zweimal hintereinander also ausführlich insbesondere im Jahr 1990 24 Wochen mal in den USA und bin dort Sommer bis Frühherbst herumgekommen und Sie können sich gar nicht vorstellen mit was für Kleidern Menschen da auf die Straße gehen ich spreche jetzt nicht von Frauen es haben ja auch nicht nur Frauen in besonderer Weise gefallen dabei also erstens diese kurzehnlichen Weibern, die Sie dabei anhaben dann diese bunten Shorts die Sie dabei tragen also Sie würden das alle nicht so anziehen können Sie ganz sicher sein ich würde sie auch nicht malen aber da sind mir einfach optische Phänomene sage ich jetzt einmal begegnet die sich hier einfach aufgedrängt haben auch malerisch erfasst zu werden und das eine oder andere Bild davon ich glaube eins habe ich noch es hat vier Bilder die sich auf die Regel gegeben drei Frauen, ein Mann und zwei davon konnte ich bei einer Versteigerung versteigern ich habe auch schon mal Kunst verkauft von der Liede hier werden Ihre Zeichnungen einmal veröffentlicht werden eine Zeichnung wird in dem kommenden Buch sein werden wir können schon Werbung machen wie die Buch heißen ja das hat der Verlag noch nicht gesagt sehr konkret also nicht optimist Buch ich habe das Vertrag nicht verwacht geschlossen das Buch ist momentan der Lektorat der Titel, den ich mir ausgedacht hatte war von einem mit Mut und Epathie oder irgend sowas also ich spiele da mit dem Fond ein weil ich mich ja die Fond genannt habe und gehen trotzdem um politische Beobachtungen die ich gemacht habe in meinen unterschiedlichen Funktionen und treffen mit Leuten die man normalerweise nicht trifft und sagen auf sich den Chef der Hamas oder den syrischen Staats- und Regierungschef und auch andere Leute und das ist an sich schon ganz spannend das war alles 2007 und das hat lange genug her lässt aber einen Blick zu ob man nicht damals im Rahmen der EU-Gleichschule nicht auf einiges versäumt hat Wo wird das erscheinen? In welchem Verlag? Im Ibera Verlag Ok und wahrscheinlich wird sich heute noch ausgehen? Wir sind jetzt im Oktober im Lektorat Im Lektorat ist es jetzt schon seit dem Monat das ist auch ein das müsste sich jetzt aus dem Lektoratpateron herauskommen das wäre ein Weihnachtsgeschenk genau haben wir schon Werbung also wir wissen was geht zum Weihnachten einen echten Einen sprich wollte ich Ihnen ein paar von meinen schon älteren Büchern hier heute mitbringen ich war nicht zu deppert dafür Entschuldigung ich habe es einfach stehen lassen nicht mehr zum Monatshaus kam ach das ist das steht und sagt Ihnen Ihnen in der Wohnung nicht draußen das wäre auch fertig zum Verkauf gewesen zum Geschenk habe es nicht mit tut leid dann kommen Sie wieder dann braucht man wieder eine Einladung und das passt dann schon wieder dann können Sie ein Buch präsentieren ich möchte abschließend noch eine Frage an Sie richten und ich denke wir alle haben diese Aussage die Sie einmal getätigt haben auch schon wieder 13 Jahre her die entspricht oder das ist fast so schön dieses heutige Gespräch zusammen und den Menschen den Politiker den Bewährungshelfer Kasper Einen nämlich es geht mir nicht darum sichtbar zu sein sondern darum wirksam zu sein das ist ein wunderschöner Satz und sie galten wirklich also auch ich glaube für viele von uns als Minister für innere Werte und für soziales Gewissen in der SPÖ sehr zurückhaltend wie gesagt mein Vater mit 89 hat sich gehört der war ein konsolierender ich glaube so haben wir sie alle in Erinnerung oder viele von uns in Erinnerung und eben mit dem sozialen Gewissen und wenn ich sie jetzt rückblickend auf Frage wo waren sie wirksam wo sind sie heute wirksam worauf sind sie ganz besonders stolz was ist geblieben vom Innenminister vom Wissenschaftsminister Kasper Einen worauf sie heute stolz sind und können wir ihr wirken auch noch sehen und spüren ich habe mir da oft schon das ist gar nicht zu einfach ja ist es denn den Polizeipfarrern beispielsweise sind sie darauf stolz dass sie als Innenminister den katholischen Polizeipfarrer eingeführt das Amt eingeführt haben sehr besonders darauf bin ich auch stolz ich bin auch stolz dass diesen Caritas die Juristen zum Beispiel das Asylamt das gemacht wurde das ist einfach ein Stilwechsel ein systematischer Stilwechsel der war kein Weichmacher sondern der war einer den man nicht so ein Haus aus Misstrauen entgegenbringen konnte und sollte dass dort parteiisch entschieden wird immer gegen die Flüchtlinge versucht man das besonders deutlich zu machen dass das einer der ganz wenigen Berufe ist in der STH über Leben und Tod entschieden wird macht man das ist nicht so klar wenn man einen falsch einschätzen zurückschickt der wirklich bedroht war und der wird dann deswegen umgebracht und hat diesen Tod zu verantworten das muss ich mit den Entscheidungen anklaren machen also es gibt dann Bereiche Dinge die wenn sie so wollen eher in den in den Bereich kultureller Wirksamkeit gehen was mich stolz macht oder was mich freut Stolz ist vielleicht der Fäusche aus der was mich freut was mich besonders freut wenn mein Sohn kommt und sagt das hat sie mir dabei angesprochen auf seinen Vater was der Sartorleiner Minister gewesen sein soll es gibt es heute noch das ist allerdings jetzt mehr als 20 Jahre her was 25 oder 23 Jahre her das freut mich natürlich und ich muss sagen dafür was ich damals schon noch zwischen den Beinen bekam aber nicht nur von der Kronenseite und von Heider aber auch von den eigenen bin ich reich und hund worden in der Hinsicht brauche ich mich nicht beklagen ich habe so viel positive Nachricht gekriegt die ich nun normales nicht erwarten kann das freut mich das ist ja schön und das ist ja sehr sehr berührend vielen herzlichen Dank und ja krass beeindruckt sagst du ihr und